hallo wir sind hier in der special welt und machen weiter mit s5 gespenster jagd seien wir erst mal geister oder vielleicht sogar sehr sehr aus wie ein geisterwalz ich bin auf jeden fall schon mal gespannt was das für level wird wow was bist du denn kann man den kill ok der kann mich ja gehen aber kann man den ich kann hier nicht gehen ok nein lassen wir ihn haben wir aus das gesicht erinnert mich irgendwie ein marschel das ist buch und die körper der körper sieht aus wie so ein abog und dann mit sowieso ein polo arm oder ich mal mit pokémon und er verfolgt mich das erinnert mich jetzt irgendwie an mario galaxy von diesem shadow maria dann immer verfolgt hat ich weiß ich bringe mich noch mal um weil ich habe keinen bock jetzt während ich habe fast beim game over bin so das ist schon was ich meine noch weiter zu machen aber es ist auf jeden fall interessant und cool es war blöd dass man die noch nicht vorher irgendwann gesehen der flächen der letzten welt könnte man noch mal einführen so zum beispiel zum zeigen dass er noch nicht so schwer ist aber gut ich bin kein ich bin noch nicht in die klar aber ich schätze mal werden und auch diese folge und der nächsten folge für das spiel brauchen aber wir leisten ja es ist genauso wie der in mario galaxy dreh mich einfach so jetzt ignoriert er mich wirklich und das war doch kein gegen treff war egal jetzt ein checkpoint ein stern fehlt mir noch wo ja vielleicht merken wir uns bin klein wenig aufgedreht sorry weiß dass wir eine art und weise mehr da kommt der der geist wieder ok sieht nicht so aus als gäbe ist hier irgendwelche blaustelle hilfe oh mein gott da der da der da der da nein get ihn get ihn nein hilfe der geist da komm da komm ja nein der geist hat mich doch bekommen wo bekomme ich nach dem checkpoint kein item mehr oder habe ich das bekommen habe ich verloren ich bin einfach gar nichts mehr run 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 ok wo bekomme ich jetzt nächste bombe also immer in andere richtungen bewegen weil sonst kommt der geist zu ein und dann gibt er die auf das wollen wir ja nicht nur das wollen wir nicht das wollen wir nicht ich meine das schweiz sorry Hilfe Alter jetzt kommt mir komm jetzt her danke so du auch brauch noch wenig geld in meiner sparkasse ich hab kein leben mehr ah hilfe ich brauch ihn wenig ich brauch ihn oh das war voll gut gerade ich habe ihn fast im first try geschnappt Ose's Schwein ich komm jetzt yes so im kreis laufen jetzt ich bin da kurz festgegangen ok renn, renn weg ja, sieh boah, alter, der Geist ist ne coole Idee aber der macht mir schon weh nüg Angst, schnell weg hier machen wir weiter mit dem nächsten Special Level ja 1, 2, 3, 4, 5, 6 Level haben wir noch vor uns S6 oder 6, 7, 8, 9, 10 oder was ja ok niederschmetternd ok da kann ich mir jetzt nichts aber kann ich mir jetzt nichts vorstellen näh, sieh aber aus wie die ganzen anderen Bonus Level die wir bis hin hatten oh yeah also den Welten ja was soll ich jetzt machen ach soll ich jetzt kühlen fuck da war ne Zeit man, ihr habt sich gesehen, ok dead du bist auch dead hier leuchtet irgendwas blau hier ist was blaues ey da etwas blaues da hier ey komm das kann doch jetzt nicht wahr sein ach so ist das jetzt überall hier so oder was ich dachte jetzt da wäre so ein Blaustern halt versteckt nein nein nimm dir noch die Zeit mit wenn du schon wow wow bro 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 shit sag ich jetzt immer mal die Zeit mit Dankeschön oh der Chucky am Start na du geh mal her oh ja BAM aber der ist ja nicht gut so gut in dem Level glaube ich einfach weil er so viel Zeit nimmt weißt du oh Gott Bomben 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 nein nein wo 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 ach so ich kann hier wegschossen das wusste ich gar nicht seit wann sind das Bomben Lega Hilfe wo bin ich hier gelandet und wo ist der letzte Stern wo habe ich den zweiten Stern eigentlich her ich bin verwirrt so der ist tot ist er nicht ich hab gesagt du bist tot Junge du bist auch tot hab ich gesagt weißt du nicht weißt du schwer raus geht doch oh nein warte doch da okay ziemlich kurzes Level so wie die auseinanderen Welten aber immerhin kommen wir schneller durch das Game ich habe ja auch Bock auf ein neues Game Leute ich bemühe mich an das Spiel so schnell wie möglich durchzuspielen das hört sich jetzt irgendwie blöd an also das hört sich grad so an warte noch es gibt noch ein älteres Level okay hab ich vergessen sorry aber das hört sich gerade was ich gesagt habe so an als würde mir das Spiel keinen Spaß machen aber nein das stimmt überhaupt nicht das spielt natürlich nur das Spiel Spaß und ich kann nicht reden tut mir leid aber keine Ahnung ich habe auch wirklich Bock auf ein neues Game halt zum Let's Play da hat jeder drauf gebrochen über den Tag glaube ich und ich habe das nie gesehen aber hier unter jedem Level ist immer so eine kleine Vorschau oder so ausgeschnitten seht ihr was ich meine das ist mir nie richtig aufgefallen also ich habe es natürlich gesehen aber mir ist es nicht wirklich aufgefallen so Special 7 giftiger Sturz okay 15 Sekunden ja keine Zeit zum umgucken let's go Pokémon let's go ach ja äh gerade wo ich über let's go rede ich wollte ja mal let's go let's play aber ja das war halt zu einer Zeit wo mein PC noch nicht da war und ja hat ihr keinen Bock mehr hat ihr keinen Bock drauf und da Chris also Chris Korf kenn ich bestimmt oder Xerba Boy keine Ahnung wen das jetzt heißt da Ada ist eh eh schon momentan mit das Play das sagt ich mir so oh ja juckt doch jetzt niemand denn ja das nervt mich halt bei diesen Power aber ok vielleicht ist es besser dass ich es gerade nicht mehr habe so aber habe ich nicht vorhin den ersten Stern schon eingesammt ich bin mir verwirrt ach ne das waren die ganze Zeituhren ne ja ja da da warum kann ich den gegnern nicht der gibt mir Ohren ne ja auch egal machen speedrun Leute speedrun das geht das geht auf speedrun.com ein Alter so krass bin ich wuh 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 hä wo bin ich denn da jetzt gestorben ich hab grad nicht hingesehen aber ich dachte halt ja ich geh da runter aus der Plattform treff den halt ich wollte nur kurz gucken wie war ich schon auch wie lange schon aufnehmen btw fast 10 minuten für die leute die keinen wow wow keine leiste haben und mit einem äh 2004 äh 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 media player sowas gucken keine ahnung ne selbst die hatten sowas das hab ich schon wieder gehabt keine ahnung äh das ist ok lass mich in Ruhe ok den ignorier ich einfach lieber weil ich oh pfff ich hab grad wirklich 15 sekunden gewartet ehrlich ich kann ihn jetzt nicht kühlen ich muss weg Bruder muss weg Bruder bist im Keg Jabbau ach komm jetzt nehm ich endlich ich will hier weg wooo Hilfe aaaaa ich sterbe wie viel oh hier ist endlich der erste stern und weh das ist jetzt irgendwie die zweite und dritte ach komm ist das dein ernst was ist das denn für ein Aids ich hab ich hab keine Zeit mehr die wollen dass endlich das noch Coins sammeln alter ich hab noch ein paar sekunden ich brauch den jetzt ich brauch jetzt das Ziel nein 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 ich hab mich schon selbst umgebracht game over guys aber ich weiß soweit ich weiß zählt der Checkpoint aber trotzdem noch ne außer man geht game over Leute dann bis gleich muah by the way Leute direkt am Anfang des Levels kann man hier nach unten hier ist nur ne Bombe drin also nicht öffnen und dann kann man soll ich hier weiß ja das hab ich das musste ich nachgucken weil wie kommt man auf sowas ich hasse sowas ehrlich so Leute ich bin jetzt an dieser Stelle hier und habe mehr als 60 Sekunden also ich denke mal das sollte reichen um die Passage halt zu schaffen zu erledigen was auch immer ja ich muss das Level mehrmals neu machen weil ich immer so kacke bin in diesem Level ich hasse einfach hier diese komischen Physik vor allem hier sind überall überall komische durch ja unsichtbare Wände das wollte ich sagen überall sind unsichtbare Wände ihr glaubt es mir gar nicht ihr müsst es mal selber spielen hier sind überall unsichtbare Wände und das ist so der Abfall wow ich hab so einen Fehler gemacht aber ich konnte mich noch retten gut so was kann man dann bei uns anstehen dafür dann glaub ich aber eher nicht so jetzt gibt es hier nochmal so einen Ring ok zweimal an einem Level wieso nicht boah alter das ist das so krank hier gib mir den stiller Hand du 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 bum 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 ja endlich zu Ende ich hab kein bock mehr schmeißt das Level aus dem Fenster und lass dich in der Ecke schmoren ich hab kein bock mehr ja 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 was ein super tolles Lied ja ok 1 2 3 4 ok also wenn wir die 3 geschafft haben sollten wir das finale the grand finale freu schon so so S8 ein Lava Level Kanon des Schicksals oh man wohl eher und das Ende des Schicksals oh man bum 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 oh Gott das hat mich erinnert mich an so ein Level aus Mary Odyssey glaube ich war das oder Mary Odyssey kam natürlich nach diesem Spiel raus von naja wow da musste man doch auch für so Kugelwillis so riesen Kugelwillis ausweichen so hin und zurück musste man und da waren auch überall diese Blöcke und die Kugelwillis haben das alles kaputt gemacht wirst du was ich mir wow da erinnert mich das Hilfe irgendwie kriege ich manchmal so einen Boost davon habe ich das Gefühl kann das sein warte ich habe es gesehen oh dass ich das erst mal im first try gesehen habe yay ich glaube ich lerne dazu warte okay ich dachte der Vulkaner wäre noch irgendwie eine Plattform aber warte nicht sorry wow wow lass mich in Ruhe nein ah man warte wo war der Checkpoint wo war der Checkpoint wo war der Checkpoint ah hier zum Glück lass mich in Ruhe eine kippt erstmal um weg hier weg hier oh mein Gott oh mein Gott wow nein 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 lass mich in Ruhe ah und das war's nein okay Leute ich werde mal ganz kurz nach dem dritten Stern suchen geile okay jetzt fühle ich mich eigentlich ziemlich schlau dass ich nicht ins Ziel gegangen bin weil direkt hinterm Ziel gibt es den letzten Stern und damit haben wir das Level hier auch beendet nice na 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 no 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 vielleicht wird das hier sogar die ganze Folge ich könnte alles nur an einpacken könnte heißt nicht, dass ich es machte aber ich werde auf jeden Fall heute wo ich das jetzt auch nimm mal alles schwer durch bin ich bin schon wieder auf schon bin gehypt so S9 Reise durch die Krypta Endlich mal wieder so ein Pyramiden Ich liebe dir Auch wenn dir Slitze was wir hatten Ziemlich asozial war Und das hier sieht auch so aus Wie das eine was wir hatten Ich hoffe das wird nicht so schlimm Wie das Wobür ich rede Okay Interessant Pussen Dick Pussen Okay Hey halt stopp Ruhe dich mal aus hier Bruder Oh geil Das ist natürlich ein Worteil Da kommt ja nichts Wieso kommt da nichts Oh Gott da nicht Dann halt nicht Mit dir Da ist noch einer Warte auf den warte ich erstmal Ach so, der kommt hier raus So, was gibt es hier Münzen, 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 Münzen Und ein Stern Juhu Und das war der zweite Am nächsten Wow, warte Scoop 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 Komplett Sein Ich guck's dir an Okay, dann nicht Weg hier Oh nein Oh nein Nein Kommt er? Kommt er? Er kommt nicht Nein 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 Das wollte ich gar nicht Da war sowas hingedrückt Weil ich keine Ahnung warum Oh no Oh no Das darf ich dir ja Nochmal sammeln Okay Lass mich in Ruhe You never take me alive Der vergibt mir ein Leib Ich kann einfach kein Englager So dumm Oh yeah Okay, guys Ist er da unten? Ist das Ziel? Hab ich's richtig gesehen? Das ist Ziel? Oder was war da? Könnte man theoretisch auch das ganze Leben skippen? Oh Da war der letzte Sternanschlag Okay Doch Wieso nicht So Weg mit dir Weg mit dir Und Aber da geht's Obwohl wir schon alles haben Es geht noch längst weiter Boah, da hat der Der Alter, der letzte von den Von den vielen Der ist einfach Anders eingestellt Ich dachte, da könnte ich das durchforschen Weil ich das perfekte Timing hatte Hä? Ich hab ihn trotzdem gekillt? Okay Aber nein Der war einfach anders gestellt Äh Wenn diese bösen, bösen Fallen Hier an dieser Pyramide Der Krypto Der Krypto Der Krypto Der Krypto Ganz nass Okay, ich glaub das war gut, was ich gemacht hab Dann geh dir das Level noch Fäng mit dir Ja So, ist das Ende? Ja Was hab ich denn da noch vorhin gesehen? Achso, was hab ich denn da noch vorhin gesehen? Achso, was hab ich denn da noch vorhin gesehen? Wir machen noch ein weiteres Level Ich sag' Und dann lass' Das auch Unwiederfuhr Oh, ne Das passt glaub ich ganz gut hin Ja Ja, wir haben auch Ein paar Minuten haben wir noch Ja Pack'n wir noch ein Level an Das vorletzte Level Ah, ich weiß nicht Vielleicht hab ich das auch noch In diesem Fall Ich dachte halt, die Level dauern alle mega lang Aber die dauern alle gar nicht mehr so lang Nein Ich stell' mich nur bei manchen dumm an So, letztes noch mal das Level Nicht nachlassen Anscheinend Oh, ist noch mal so ein kleines Polos Level, oder? Was ist das denn? Oh, warum gibt's diese Idee Zum Beispiel den Geist Und diese Idee Kommt nur einmal im ganzen Spiel vor Wieso? Das ist so eine gute Idee Die könnte man mehrmals verwenden Aber macht man nicht Das versteh' ich nicht Das heißt, er hat einen Stern Ich bin nicht dumm Das weiß ich Schau, wie's noch? Schau, wie's noch? Jo Knapper geht's nicht, oder? Okay, weiter geht's Hier, wo ist der zweite Stern? Zweite Stern, wo ist er? Wo ist er? So Hier ist er Ja Hab's gesehen Nein Das hab' ich auch gesehen Aber da ist noch mal ein Geschenk Das ist aber echt cool Das Level Findet's nicht? Ich find's schon Oh nein Ich muss ja alle killen, oder? Oh kacke, warum sagt mir das niemand? Ich hab' die Glitzernden vielleicht Typisch Das weiß ich Was weiß ich Schnell Weg hier Na, schreibe ich nicht mehr Oh Ich dachte, ich könnte das boll auch zumindest bekommen Okay, jetzt hat er grad irgendwie lang geladen Gedeihen, tun Dose ich hasse das auch immer wenn ich mir so meine videos angucken dann sehe ich halt immer so wenn ich sage so wir kommen zur vorletzten folge wir kommen zu blablabla folge ich weiß nicht ich meine ich habe keine ahnung manchmal wann das die letzte folge sein könnte und wann es halt nicht mehr zurück und wie mache ich trotzdem aber weiter und das ist das nervt also zumindest selbst ist mich keine ahnung wie ich selbst aber ja ist wirklich und ja das wird am besten lieber was ich werde versuchen in zukunft lieber zu machen weil mich persönlich stürzt sowas und meine eigenen videos wir haben es durch haben alle blauen sterne im ganzen spiel 120 genauso viele gelbe sterne gibt es auch in super mario 64 da 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 dumm dumm pro ok und war dafür krieg ich auch noch läuft das ja gleich gleich die